Dass Sie die andere Hälfte des Piloten-Daseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Ich dachte, das dürfen nur Piloten? Das ist nur eine Simulationsschütze, nicht die Wirklichkeit. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Militärtechnologie-Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur zu, Schütze. Fordern Sie Ihren ersten Titan an. Da oben am Himmel. Da ist er. Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hole Sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichsten Systemen. Cooper, machen Sie schon. Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Er wird schon, glaubt mir. Ja, Schütze. Alle Mann auf Gefängsstation. Das ist ein Wettbewerb. Aufpassen, die töten uns. Jedenfalls versucht sie's. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus Ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lässt die Moser. Anderson. Wir sehen uns dann unten. Wir sehen uns heute in den neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Ich sehe haufenweise Robitalabwehrsysteme. Die Bahnhofkarte der Rassierdexpanz ist ruhig. Unruhe. Lässt auf den Haaren, ganz gut. Zündretterkarte. Wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Wir fähren, wir kamen, wir sterben ab. Wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir kommen nicht durch. Wir sterben, 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 wir sterben. Der Reichssache ist ungewöhnlich! Da kommt noch mehr Spektatler! Ich bin in den Abortona! Das geht doch besser! Das ist gar nicht mehr! In uns kommen Sie im ... ... ... ... ... ... Hier ist Captain, ich habe ihre Position, bin unterwegs. Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Mr. Moser, Feindheitens nähern sich. E-Page Predators. Verstanden, B.T. Seltener. Unten bleiben Cooper. B.T., los! Verstanden, B.T. Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Rechner! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben ja eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! Die Leichen der Überwärts Arizona 는데er Ah! BT, übertrage Autorisierung auf neun Piloten, Verbindung, Bravo Tango, 7274, Koopa, nehmen Sie meinen Titan, nehmen Sie meinen Helm und meinen Jumpcat, jetzt wird's ernst, pass auf ihn, auf! Musik 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 Musik